Sind Sie der, der immer mit dem Zollstock die... Glauben Sie, wer mehr bezahlt? Arbeitnehmer so bezogen auf ihre Einkommenssteuer oder multimillionären Erben? Ich hoffe, dass es die Erben sind. Ich weiß es nicht. Jetzt denke ich mal, die Arbeitnehmer auf jeden Fall... ...zahlen mehr. Arbeitnehmer zahlen mehr Steuern. Aber bei den Erbschaften ist es so, dass nur extrem wenig Erbschaftssteuer bezahlt wird. 3 Prozent. Krass. Das ist ein großer Unterschied. Das ist der Wahnsinn. Finden Sie das gerecht? Nein. Unglaublich ungerecht. Ich glaube, da muss echt was geändert werden. Gerecht ist es auf jeden Fall nicht. Weniger du arbeitest, also lässt du dein Geld für dich arbeiten, zahlst auch weniger Steuern. Das stimmt. Und das wollen wir natürlich ändern, weil wir sagen, es wäre gerechter, wenn die auch gerecht besteuert würden. Ganz, ganz kleines bisschen mehr könnte man ja schon machen. Es geht einfach um eine Gerechtigkeitsfrage. Deshalb wollen wir das auch ändern. Sehr gut.